Moin Pamarillos, mein Name ist Sonny, ihr seid hier auf Rapsplay. Jetzt erst mal vorerst vielleicht die letzte Runde mit Iggy. Ich werde noch spielen, bis ich einmal gewinne, damit ich die Daily auf jeden Fall noch schaffe. Ähm, ja. So, was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Dasselbe wie immer. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja, nee, ich werde noch einmal kurz zocken mit Iggy und dann werde ich mal jemand Neues anfangen, denn ich glaube Iggy ist zwar cool, aber für den fehlen mir noch die passenden Karten und dann kann ich erst mal richtig abgehen. Ja, da fehlt mir noch diese Mikroatombombe. Wie heißen die dann nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Karte mit Energiedurchdringung und sowas brauche ich alles noch. Ja, nee, also, dann da werde ich vielleicht mal entweder mal Steel anfangen, so als Tank oder so. Macht bestimmt Bock, aber ich glaube als Tank, da braucht man ein gutes Team, damit der auf jeden Fall Früchte trägt. Denn ich habe ja öfters schon mal einen Tank gespielt. Vielleicht fange ich auch mit Severok an und probiere mit dem was zu reißen. Wäre natürlich auch eine geile Sache. Warum rennen wir alle in die Mitte? Äh. Warum rennen wir alle hier hin? Kennen wir jetzt hier die Creeps oder was? Oder was? Warum rennt der auf der Stelle? Ach du Scheiße. Ja, dann los. Mann, 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 Mann. So, Muriel hat das Ding. Wo rennen die hin? An denen hier vorbei. Da ist einer. Da oben ist einer. So, wir kloppen erst im Team hier die Guten um, quasi. Ich will das Ding haben. Oh, Steel hat sich geklaut. So, hier die Treppe hoch. Und dann direkt reincrushen, oder was? Oh, Murdoch hat da was... Der hat da was angefangen. Oh, da ist einer runtergelaufen. Iggy und Squatch. Nice, hauen um, hauen um. Auch nice. Weil sie tot. Bin unterwegs. Warnertrank reingehauen. Au, au. Au. Äh, ist auch ein Muriel dabei, ja. Muriel, Muriel. Pass auf, das sind die Türme, Leute. Stell das Ding da hin. Au. Mach den Kerl da fertig. Der hat uns echte Falle gestellt hier. Komm, triffst du ihn? Der nice. Äh. Alter, was geht denn hier ab, ey? Was geht hier ab? Okay, ich bin wieder voll geheilt. Sieben Punkte. Dann kann ich mal gerade zurückgehen, mir das erste Item kaufen. Und dann gehe ich einfach mal rechts pushen, oder so. So, was war denn das erste? Das hier. Nice, so. Erster Item voll. Sollte mir auf jeden Fall ein paar gute Punkte verleihen. Ich gehe jetzt die linke Strecke verteidigen, denn da wird angegriffen. So, und wenn ich alleine bin, dann wird gepusht, was das Zeug hält. Also, ich habe echt vor, diese Runde mal zu gewinnen. Das ist halt die Daily. Ich probiere halt mindestens eine Folge am Tag zu zocken. Und wenn ich halt verliere, dann zocke ich meistens ein bis zwei, drei. Je nachdem, wann ich dann halt gewinne. Weil für den ersten Sieg am Tag bekommt man immer extra Punkte. Und die sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ne? Pameraden, so. So, einfach mal ein bisschen auf die Typen hier schießen. Au. Au. Unlasted. Joa, schießt du mich heute ab. So. Immer schön drauf. Äh. Hehe. Achso, ich kann nur einen Turm bis jetzt machen. Ah, jetzt kann ich noch einen zweiten. Äh. Kampf missing in Action. Äh. So, ein Turm hier hin. Packelt ab, ihr Penner. Ich hab kein Wort hier stehen. Das ist natürlich bitter. So, wir könnten jetzt den Turm hier mal angreifen. Da kommt aber Morial wieder. Bäm. Eiei, 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 eiei. Autsch. Haha. Morial wird schön getroffen. So, hier fehlt immer noch einer. Meinst du nicht, wo der ist? Joa, was soll ich machen? Ich hab jetzt auch keinen Sammlerschlüssel. Viel zu wenig starten. Probieren wir mal ein paar Last Hits abzustauben. So. So, die Tussi ist weg. Das ist schön für mich. So, jetzt wird hier mal schön gefackelt. So, was haben die davon, wenn die mich hier alleine lassen? Komm, Miniman Army. Sehr nice. Brennt. So, drauf hier. Die machen ja nicht so viel Schaden, die Kerle. Okay. Jetzt kann ich in der Mitte pushen gehen, hä? Oh Mann. Die sterben schon, meine Türme. So, da kommt schon der Erste. Dann geh ich mal in der Mitte pushen. Die kämpfen da rechts alle immer noch. Oh, einer ist fast tot von denen. Ach, du Scheiße. So, hier durch. Bin unterwegs. Ich habe zu Penna. Yo, 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 yo. Nice. Nice. Okay. Erster Turm ist kaputt. Ich wollte noch ein bisschen mehr Mana. So. Da oben ist einer. Ob das Sinn macht, hier gegen noch ein Niggi zu pushen? Weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Oh Mann. Greifen den da hinten an? Ich habe keinen Mana mehr. Verdammt der Axt. Aua. So, ich muss jetzt erstmal zurück. Nützt ja alles nichts hier. Es nützt ja alles nichts. Warum leckt denn das hier wieder wie Scheiße? Ich will nicht, dass es wie Scheiße leckt. Okay. So, sechs Punkte kann ich ausgeben. Gut. Dann nehme ich erstmal... 3-3-3. Ja, wenn ich mir den kaufe, Mist, mir fehlt noch was. Mist, drei fehlen mir noch. Egal, weiter geht's. So. Der greift meinen Turm an. Ich weiß nicht, ob ich da rechtzeitig hinkomme. Turm ist bei der Hälfte. Turm ist... fast tot. Okay, fucken. Fuck. Habt ihn nicht erwischt, ey. Hau ab. Warum ist er so schnell? Alter, der erwischt mich ja übel. Ja, haha. Du Vollidiot, Alter. Der hat mich nicht gekriegt. Alter, die greifen den Kern an. Ach du Scheiße. Die greifen jetzt schon den Kern an. So, Moriel greift die rechte Strecke an. Egal. Ich hole dir zu viele Türme, wie geht's. Die ist drauf hier. Nice. So viel zu Teamkampf hier. Shoot. Ich bin so langsam. Haha. Der Kern ist gleich kaputt. Oh, er leidt. Tod. Wir haben gleich gewonnen. Zweiter Turm. Korr fast kaputt. So, Inhibitor. Fuck, 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 fuck. Oh, 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 oh. Wie kann der schneller sein als ich? Ach du Scheiße. Nein, der hat mich erwischt. Oh, dummer Sack. Egal, wir haben gewonnen. Acht Prozent, sieben, vier, drei, na wohl, ey. Vierzehn Minuten gewonnen mit Kernzerstörung. Krasse Scheiße, ey. Also, die haben wir jetzt weggebuttert, aber hart. Guck mal, der eine, sechs, eins, fünf, null. Easy going. Moriel, zwölf Assists. Krass. Zwei zu fünfzehn. Ich bin einmal gestorben gerade und Twin Blast einmal. Okay. Was haben die denn für Items hier? Kernschmelze. Die brauche ich, ey. Energieschaden, Energiedurchdringung und nochmal Energieschaden. Wie krass ist das denn, ey? Brauche ich auf jeden Fall. Haben wir hier Attack Speed, Critchance. Krasse Scheiße, was die an Karten haben alle, ey. Kernschmelze brauche ich auf jeden Fall. Gut, Pamarillos. Kurze Folge. Ein kleiner, schneller Win. So, jetzt können wir das Tribut enthüllen, weil das jetzt die Daily war. Und kriegen noch ein bisschen Ruf dazu. Aha, guck mal. Siehste mal. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Stay Pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Treti schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsproben.